Hallo, guten Tag. Hier ist wieder der Walter Pfisterer vom ARCA Shop. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, sind die verschiedenen Schnellspannvorrichtungen, Quick-Set-Devices, wie es ja international heißt, die ARCA für jeden Kopf anbietet. Die Haltevorrichtungen, die sind in jedem System, sei es Cube, sei es D4, sei es Z oder hier exemplarisch P0, die sind immer gleich. Es gibt also jeden Kopf mit den unterschiedlichen Schnellspannvorrichtungen. Sie suchen sich einen Kopf aus und dann die zu Ihnen passende Schnellspannvorrichtung. Systemübergreifend ist es so, dass der Bedienhebel ist auf der linken Seite. Der ist deshalb auf der linken Seite, weil man irgendwann mal festgestellt hat, dass es sogar bei den Fotografen so ist, dass die überwiegende Anzahl Rechtshänder ist, dass man also die Kamera in der rechten Hand hält und dann die Köpfe linkshändig bedient werden. Ich fange jetzt mal an zu erklären, bei dem ersten Schnellspannsystem, bei dem Ur-Schnellspannsystem, bei dem ganz rudimentären, das ist das klassische System und wird deshalb auch von ARCA Swiss Classic genannt. Funktionieren tun alle im Prinzip gleich. Sie haben hier ein festes Z, sage ich jetzt mal, und auf der anderen Seite ein bewegliches. Diese bewegliche Schiene, die wird hier bei dem Classic mittels einer Schraube festgedreht. Wenn Sie trotz meines wirklich gut gemeinten Rates unbedingter Meinung sind, dass Sie Kameraplatten, die nicht von ARCA Swiss, sondern von irgendeinem Korpisten sind, benutzen müssen, aus welchen Gründen wir nicht nachvollziehbaren Gründen verwenden müssen, dann geht eigentlich tatsächlich wirklich nur hier dieses Classic System, weil da ist es so, das ist einfach System Schraubstock und in diesem System Schraubstock wird Ihnen irgendwann, da hält Ihnen ja irgendwann einmal eine Mutter oder irgendwas völlig wurscht, irgendwann wird es halten. Gedacht ist es selbstverständlich hier für das Schwalbenschwanzsystem, das auch klassisch heißt oder Classic, das wird eingesetzt, dann wird es festgeschraubt. Sie können so, können Sie es noch leicht bewegen und irgendwann wird es fixiert und es ist fest. So funktioniert das klassische System. Das nächste, in meinen Augen schon wirklich vom Bedienkomfort her, deutlich überlegene System, ist das Flip-Lock-System. Also ich kann Ihnen da folgende Geschichte dazu erzählen. Ich hatte mir mal vor ein paar Jahren aus P1, aus Reminiszenzgründen, mit einem klassischen Verschluss gekauft, war aber seit Jahren an einem anderen Kopf das Flip-Lock-System gewöhnt. Ich habe es ehrlich, nach vier Wochen habe ich den Kopf weiterverkauft, weil mich so genervt hat diese Kurblerei und weil ich einfach hier den Komfort des Flip-Lock-Hebels gewöhnt bin. Der Flip-Lock-Hebel funktioniert folgendermaßen. Sie haben hier am Ende des Hebels, haben Sie vom Prinzip her, haben Sie einen Kreis und dieser Kreis, der ist einfach konzentrisch gelagert. Das heißt, je nach Drehung haben Sie mal einen großen Radius, der auf den Schenkel drückt oder einen kleinen Radius. Ich zeige Ihnen das. Wir öffnen zuerst mal. Sie haben hier eine durchgehende Achse, die ziehen Sie zu sich auf 9 Uhr Position. Dann gehen Sie mit dem Daumennagel hier rein und dann springt es auf 12 Uhr Position auf. Und hier haben wir jetzt den geringsten Radius und deshalb eben auch den meisten Platz. Manchmal hört man schon das Argument, ja, aber ich kann es im Winter nicht unbedingt mit einem Handschuh bedienen. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich, also wenn Sie Ihre Kamera mit einem Handschuh bedienen können, die deutlich filigraner ist als so ein Flip-Lock-Hebel, dann werden Sie so ein Flip-Lock-Hebel ganz sicher auch schaffen. So, wir haben geöffnet, nehmen eine Klassikplatte. Bei der Klassikplatte ist es so, die bewegt sich eben im oberen Schwalbenschwanz, die Monoball-Fickplatte bewegt sich im unteren Schwalbenschwanz. Das ist hier bei dem Klassik und beim Flip-Lock gehen beide Systeme. Sie setzen das ein, so von oben. Dann 9 Uhr Position. In der Position können Sie das immer noch schieben. Dann die 18 Uhr Position und es ist fixiert. Das ist übrigens auch tatsächlich ein ganz großer Vorteil, den Ihnen das ARCA Swiss System bietet. Sie haben hier eine doppelte Sicherung. Bei anderen Systemen ist es so, das ist tatsächlich schon passiert. Sie kommen mit dem Hemdärmel hier rein und reißen den Hebel auf und wusch. Kamera und Objektiv clear am Boden und Sie gehen eine neue Kamera sich holen. Als letztes und als neuestes System haben wir hier das Monoball-Fick-System. Ganz ehrlich, ich liebe dieses System. Das ist wirklich gut. Es ist eben auch das Neueste und in der Summe sind da die Sachen drin, über die man jahrelang nachgedacht hat. Was in dem System anders ist, Sie spannen den Hebel auf. Bei der Kameraplatte achten Sie bitte darauf, dass die Schrift zu Ihnen zeigt, weil dieses System ist leicht asymmetris. Und dann können Sie es immer so einsetzen. Rechts, runter, zack. Und in der Sekunde, wenn Sie das loslassen, da ist in dem Hebel eine kleine Feder drin, dann spannt die schon so, dass das nicht runterfällt. Selbst wenn Sie das noch leicht öffnen, dann schlägt unten die Schraube gegen die zwei Pins und es fällt nicht runter. Völlig ausgeschlossen. Dann ist es so, wenn Sie jetzt beispielsweise für Panoramas, ganz einfaches Panorama geht ja hier mit dem Kopf. Da haben Sie eine längere Platte. Dann können Sie hier in der Position die Platte leicht bewegen, ermitteln den Nodalpunkt und dann wird es fixiert. Und dann ist wirklich fest, da passiert nichts. Vom Sicherheitsfaktor her ist der sicherlich allen anderen überlegen. Der einzige Nachteil ist, Sie kriegen nur die kleinen Platten rein, wenn wir von Nachteil sprechen können, weil die ist richtig tough, kraftvoll drin. Bei den anderen beiden kriegen Sie beide Systeme rein, hier eben nur das eine. So, ich denke, ich glaube, ich hoffe, dass ich die allermeisten Fragen bezüglich diesen Quickset-Devices, Schnellspannvorrichtungen, die Sie haben, ich glaube schon, dass ich Ihnen die heute beantworten konnte. Wenn nicht, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dürfen Sie sich aber trotzdem bei uns melden, die Frage stellen. Wir beantworten immer gerne jede Frage und sind sowieso immer für Sie da. Ansonsten, goodbye und tschüss. Musik 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 Musik